um die julio leute und hat sich von zu einem weiteren zu einem weiteren folgen er wurde 2 wir haben den part haben wenn wir sie nur beinahe wir haben wir etwas angenommen das angenommen und haben mit fotos frieden geschlossen gerade noch hatten sie gehabt und haben ein bisschen ausgebaut wir werden es nicht so schön ich habe in den Garten wenn wir dies alle könnten angreifen weil die jetzt schon da sind also so Eure Betehnen für Ruhm und Ehre. Okay, dann werden wir gegen Selefiten angreifen und irgendwann gegen die Delmaten. Okay, dann werden wir gegen Selefiten angreifen. Okay, dann werden wir keine Geld, keine Geld, keine Geld, keine Geld, keine Geld, keine Geld. Okay, dann werden wir gegen Selefiten angreifen. Okay, dann werden wir gegen Selefiten angreifen. Okay, dann werden wir gegen Selefiten angreifen. Griechenland. Der Kreuzzug, weiterführen. Genau, der Kreuzzug habe ich genannt. ich will eigentlich Gelatien angreifen nicht ich will nicht wie im meisten ja auch andere ich will nur dann aber hier ja auch da es ist wenig erbar als Zuschauer dazu ich bitte euch demütigst schließt euch in Katargo ich halte die Stellung das ist alles ist nicht jetzt sehr schön zerstören wir haben ihn jetzt zurück hoch hoch weiter ach so scheiße Ich erwarte eure Befehle! Ach du Scheiße ey! Hör alle nur der Dark am Nähe! Ich will die Tasos rein tun wenn sie nicht essen verlieren Gatera Katago Die und ab! Nicht gut! Ja Werner Oh! Was machen die? Ey! 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 Hör! Was wollen die? Ja genau! Wir stehen einem würdigen Feind gegenüber! Oh! 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 Wir stehen einrägen! Ich stelek dir deux Anstecken wir das die wir von heutigen alle kommen sind aber gut immer annehmen ihr könnt sie auch irgendwann angreifen und töten das ist eine feier die reaktion es gibt den kass haben sich wirklich müh gegeben ich bin ja auch die kinder die einfach so irgendwas nennen auf jeden fall viel viel erweiterte wie oben 1 die 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 Uuuhh Wir könnten, ja, könnten es vielleicht noch schaffen, ja? Ich könnte es Die Betonung liegt auf Das ist Süder wieder riesengroß Willkommen Ich öffne euch die Tür Götter des Olymp Ich reise euch willkommen Ich bin sicher Seid gegrüßt Ich bin sicher Ich grüße euch Wie ist eurem Rufige Ich nehme im Namen meines Herrn an Denn er traut meinem Ur Seid gegrüßt, mein Freund Seid gegrüßt Und nun spring Okay Das ist aber die auch für die Truppen Ah, ich lebe den in den Spies an Was denn? Ah 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 es geschafft die aufgabe büller nicht schön wieder war das gut dann wieder da was schon mal für die gegeben und dankbar angenommen wird ist für alle beteiligt das wird schon noch fallen drüsen und die haben verloren die schlacht und nur knapp und 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 bestell Okay. Oh man. Die jaunelt ab. Der geht wieder dahin, dann marscht der Wild zum Kreiszug wahrscheinlich wieder. Ja. Hm. Noch da. Noch was vielleicht jetzt auch essen. Oh man. So weiter geht ja irgendwann. Ja, sterben die Leute. Die, die, die Nationen. Und hier hier geht es ihnen. Ich grüße mich mit den anderen, das Luke hier und so. Kondesöl. Hellers. Kondesöl. Alter. Ich hab jetzt mal alles gar nicht gelesen, weil ich... Ich hab jetzt mal alles gar nicht gelesen, weil ich... Ich bewege mich unbemerkt. Ich hab' auch mal alles gar nicht gelesen, weil ich... Ich hab' mir gesehen, dass ich... Ich hab' mir gesehen, dass ich... Ich hab' mir gesehen, dass ich an der U-Klar, ich hab' mir gesehen, dass ich... Das ist dein guter Leben! Ich bin dann... Okay. Okay. Mm-hmm. We haven't already. Oh, the bar is still on the ground. Okay. That's all. Head of the building. Okay. Okay. On the ground. OK. 어�. Das ist ein Geld. Gold ist ein Geschenk, das viele zu schätzen wissen und wir sind sicher... Nein, bist du nicht. Ich möchte nicht annehmen werden, weil ich gerade im Krieg bin. Und Diotrisen sind momentan stark gegen mich positioniert. Aber so werde ich nicht annehmen. Und wenn, dann würde ich erst die Dermaten vernichten und dann Diotrisen. Ja. Tut das nicht mehr sowieso am Arsch der Welt. Also... Also... Hm? Räte. Die Räte, die raten. 2 wieder ich hab da wieder einen ausgeholt oder so ist so hart im er ist doch schon schon hart nur präsentieren Ich erwarte weitere Befehle.